Jo, meine Freunde, was geht ab? Herzlich Willkommen an den XRP Bros! Neuer Tag, neues Video, XRP Deutschland wieder mal am Start, Leute, wie soll es auch anders sein? Klar, fragen sich einige, wie es anders sein sollte, ne? Es ist nun mal so, wie es ist, Leute, XRP Deutschland ist wieder mal am Start. Und zwar folgendes, wir haben eine Nachricht erhalten von einem Member von uns und wir haben einen älteren Artikel rausgesucht, endlich auch gefunden und wir werden auf jeden Fall eine Reaktion drauf machen, denn es ist sehr, sehr interessant. Insider-Wissen ist vorhanden, ein Opa ist vorhanden, Luis, und ist sehr, sehr aufregend. Es geht natürlich um XRP und ja, schauen wir mal, ob diese Sache für euch interessant ist. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, Leute. Auf jeden Fall, Leute, um uns zwei und vor allem XRP Deutschland zu unterstützen, drücken wir alle auf Gefällt mir vorab, bevor das Video jetzt startet und wenn ihr neu seid, dürft ihr gerne diesen Kanal abonnieren. In diesem Sinne, rein in die Euger. So, Luis, und zwar folgendes ist passiert, okay? Also, das ist ein älterer Artikel von 2019. Am 30. Oktober 2019 wurde das gepostet und wir werden auf jeden Fall drauf eingehen. Und zwar folgendes. Die junge Dame heißt Kendra Hill und die hat damals von ihrem Opa, der Insider-Wissen hat und von der Finanzbranche kommt, XRPs geschenkt bekommen, eine Million Stück und hat zu ihrem Enkel gesagt, pass mal auf, mein Enkel, du kannst machen, was du willst, aber diese eine Million XRPs wirst du halten und diese eine Million XRPs werden irgendwann mal richtig, richtig wertvoll. Er wusste damals schon, dass XRP eine richtig heftige Sache wird und sie hat sozusagen ein Tagebuch auch geschrieben. Also ein Blogbeitrag auf jeden Fall, ne? Genau. Sie hat ein Tagebuch geschrieben und folgendes ist dann irgendwann mal auch passiert. Diese Beiträge sind irgendwann mal auch verschwunden, okay? Die hat alles gelöscht gehabt, weil sie einfach mit dieser Sache nichts mehr zu tun haben wollte, weil, ja, es sind sehr mysteriöse Dinge passiert. Aber wir werden jetzt erstmal auf diesen Beitrag eingehen und schauen wir mal. In diesem Freed möchte ich die XRP-Community auf Kendra Hill, eine weitere angebliche XRP-Insider, vorstellen. Beachten Sie, dass es nicht ihr richtiger Name ist und ich werde keine Doxing-Information über sie in diesem Freed oder jemals zur Verfügung stellen. Das ist einfach nur ein Synonym für die richtige Person. Also sie hat einen Spitznamen, eine Million XRP-Girl, ne? Ja, auf jeden Fall. Also so wird die in der Community bezeichnet. Kendra Hill startet ihren Blog im Juli 2018 auf einer Streaming-Plattform. Sie postete zu vielen Themen, darunter Selbstverbesserung, ihre theosophische Feldanschauung und Musik, aber hauptsächlich ihr Wissen über Kryptowährungen und XRP. Sie postet auch regelmäßig über ihre eigenen Kryptoprojekte. Kendra Hills Hauptaugenmerk lag auf der Rolle, die XRP und XLM in Zukunft spielen würden. Aber sie erwähnte auch andere Kryptowährungen, darunter Stratus, Elastos, Ethereum und Iota. Sie postet auch häufig in den Kommentarbereichen von XRP-bezogenen YouTube-Videos. Kendra Hill behauptet, sie stamme aus einer Familie von Investmentbankern. Und im Jahr 2016 erhielt sie von ihrer Familie ein Geburtstagsgeschenk von 1 Million XRP, damals 10.000 US-Dollar. Sie verstand es nicht und wollte es verkaufen. Aber um sie aufzuhalten, gab ihr Großvater ihr Insider-Informationen über Rupples Agenda. Also 2016, wir halten fest. Dies mag viele in der XRP-Community überraschen. Kendra Hill gibt an, dass es eines Tages eine einzige Weltwährung geben wird. Aber es wird nicht XRP sein, es wird tatsächlich das Lumen sein. Beachten Sie, dass XLM als Weltwährung eines Tages nicht so verrückt ist. Stellar ist gemeinnützig und hilft den Armen. Könnte in einer Krise leicht als 80 Milliarden seiner XLM-Bestände an die Weltbank oder ein anderes globales Leitungsorgan spenden. Welche Rolle wird XRP also im neuen System spielen? Kendra erklärte, dass XRP mit Kodios verwendet werden würde, um einen 1,4 Billiarden Dollar Derivatenmarkt zu betreiben. Sie hat dies vorher vorhergesagt, bevor es cool war und von der XRP-Community als gegeben angesehen war. Also 2016, bevor der Hype mit XRP gestartet war, hat sie schon darüber geredet, durch Insider-Informationen von ihrem Großvater, dass quasi XRP in diesen Derivatenbereich eintreten wird, was wir jetzt auch schon ganz oft erwähnt haben. Also 1,4 Billiarden Dollar Derivatenmarkt heute. Lass du dir das aber Zunge zergehen, was für ein wahnsinniger Geldfluss immer da entsteht. Wir haben ja schon mal gesagt, 1,1 mit 18,0 und es ist riesig. Der Derivatenmarkt ist riesig. Und sie sagt ja auch, XLM ist eine geile Sache, wird mal richtig groß, aber XRP, das ist Champions League, Leute. Und XRP, das auf der Gold oder Digital Gold indiziert oder auch durch Gold gedeckt wird. Haben wir jetzt auch wieder neue News, jetzt aktuell, sehr interessant und das wie gesagt 2016. Kendra Hill hat im Sommer 2018 darauf verwiesen, wie sie in den folgenden Screenshots sehen können. In ihrem Beitrag The Currency of Time Traveler sprach sie über den zeitlosen Nutzen von Gold. Kendra Hill beanspruchte eine Partnerschaft mit Ripple und Amazon vor Erschießbirlas berühmten Husten. Hier zufolge gab es ein Deal aus dem Jahr 2015, einen Anteil an 5 Milliarden XRP. Diese Partnerschaft sollte bis März 2019 bekannt gegeben werden. So ist es ja nicht offiziell mit Amazon, aber wir haben es ja schon ganz oft berichtet oder eher gesagt vermutet. Diese Hintergründe auch von Amazon Web Service, die jetzt bei Ripple auftreten auf den Messen und so weiter. Sehr interessant. Ende 2018 sagte sie voraus, dass XRP in 24 Stunden auf 50 US-Dollar steigen würde. Ähnlich wie es ein anderer Analyst einmal vorhersagte. Als sie von einer ihrer Leserinnen danach gefragt wurde, hatten sie das Gefühl, dass dies 2018 nicht passieren würde, in einem Beitrag, der eine Kryptobullen auf Anfang 2019 vorhersagte. Anfang des neuen Jahres veröffentlichte sie einen Beitrag mit dem Titel Man soll beachten, dass Kendra Hill bereits im Juli 2018 erklärt hat, wie Bitcoin durch zentrale Kontrolle von Mining Pools abgebaut und von Regierungen kontrolliert werden kann. Kendra Hill hat abrupt jeden einzelnen ihrer oberigen Beiträge zu Stamit entfernt. Jeder Beitrag über XRP ist weg. Ihr Blog ist immer noch aktiv, da sie ein Projekt namens Mios entwickelte, das White Pepper entschied am 31. Oktober. Zusammengefasst, sie hat mehrere Sachen gesagt, die eingetroffen sind, aber auch mehrere Sachen gesagt, die nicht eingetroffen sind. Besonders zeitliche Abstände, die nicht passen. Ich meine, wir wissen, Zeit kann man nicht predikten. Man kann gucken, was in der Zukunft passiert, aber du kannst nicht sagen, wann passiert etwas. Also ich finde es sehr schwierig. Müsst ihr mal in den Kommentaren auf jeden Fall schreiben. Ich finde es auf jeden Fall richtig geil, dass die Dame sich einfach so geöffnet hat und einfach mal vorne raus gesagt hat, was sie denkt und was sie von XRP hält. Und ihr Opa auf jeden Fall, Hut ab, ich würde gerne wissen, wer ihr Opa ist. Wird mir die wundern, wenn ihr Opa David Schwarz heißt. Auf jeden Fall, Leute, ist es sehr, sehr geil und ich will einfach wissen, was ihr davon hält. Was hält ihr von dieser Story? Was hält ihr von der Dame? Ich war auf jeden Fall hin und weg, als ich diesen Beitrag gekriegt habe. Viele, viele Tage, Marc. Marc Ettinger hat uns das zukommen lassen. Auf jeden Fall eine tolle Person. Und ich weiß, alle fragen sich jetzt. Leute, wir brauchen ja nicht darüber reden. Erste Frage wird bestimmt sein, ist Kender Hill Olga. Wir wissen nicht, ob Kender Hill Olga ist. Und zweitens, Leute, wir haben 97,5% irgendwie Männer in unserem YouTube-Kanal, die abonniert haben. Liebe Damenwelt, ihr dürft übrigens auch abonnieren. So, Leute, um uns zwei und vor allem die Olga zu unterstützen, würde ich einfach mal sagen, wir abonnieren alle diesen Kanal. Und drücken richtig dick auf Gefällt mir. Übrigens, gleich kommt noch ein Video. Wir nehmen noch ein Video auf, ne? Das kommt, denke ich mal, morgen. Es handelt sich auch um eine Reaktion auf ein geiles Video von uns zwei, ne? Ja, gleich kommt noch ein Video, wo wir auf ein Video speziell zum World Economic Forum drauf reagieren. Sehr interessant. Und was, sag ich mal, die ganzen Zusammenhänge gut darstellt, warum XRP die Zukunft ist und warum wir auf jeden Fall finanzielle Freiheit mit XRP erreichen werden. Abgesehen davon haben wir uns auch richtig vorbereitet. Denn WeChain, ne, Fett wird auf jeden Fall kommen. Wir haben uns schon vorbereitet. Hier sind alles Sette. Wir müssen alles zusammenfassen. Und denen entsprechend kommt dann, denke ich mal, die Tage auch ein Video über Fett, ne? Und ich würde einfach mal sagen, Leute, ne? In diesem Sinne. Haut rein, Leute. Haut rein. Sowas, das weiß ich eher obra. Jetzt weg Programme. Junge. Danke Einadorain. 담